Herzlich willkommen an diesem fantastischen Tag und wir spielen seit langer Zeit wieder ein klassisches, ein Oldtime-Klassik. Keine verrückten Sachen. Wir machen Montagsmaler. Warte mal ab. Das Ziel für heute muss natürlich sein mindestens ein neues T-Shirt-Motiv. Mindestens, mindestens. Mindestens zu entwerfen. Team Minimetro oder was? Team Gehirn. So wie heißt der Begriff hier? Keine Ahnung. Montagsmaler. Hast du das? Oh, die werden so verlieren. Florentin ist ja hier Rain Man. Aber Montag, mal, mal Montag. Brücke, Telefon. Telefonzelle. Ach, scheiße. Okay, okay. Jetzt kommt schon. Power jetzt, Mann. Minimetropower. Komm schon, zwei U-Bahner. Katze, Hund, Haus, Steg. Ja, das kannst du vergessen. Hey, bitte Ruhe. Danke. Schnee, Geld. Geld. Ja, okay. Was ist das? Schnee? Ist das ein Schneemann? Ist das eine Acht? Oh, das wird geil heute. Das kannst du schon vergessen. Unendliches Geld. Was gibt's noch mit Geld? Geld, Geld, Geld. Geld, Leben, Geld, 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 Bank, Geld, Schalter. Nein, nein, nein. Bank, Schalter. Nope, nope, nope. Was ist denn das? Das ist doch eine Acht, oder nicht? Die Acht. Ach so, warte. Insel? Ist das so eine Insel? Nee, nee, nee. Nein? Was? Ich check gar nichts. Antengengeld. Was? Was ist das? Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es ist leider nicht so leicht. Das ist das T-Shirt-Mutchen. Es ist leider nicht so leicht. Falschgeld. Nee. Geldübergabe. Zwei, eins. Vorbei. Was war das bitte? Das war Schmiergeld. Ja, das schmiert irgendwas aufs Brot. Aber was war denn was? Was war der Mensch bei diesem haarigen Ding? Das sollte ein Messer sein. Das hier ist Nutella, kommt aufs Brot mit einem Mensch, der es in der Hand hat. Ach, das ist die Hand. Aber Schmier kannst du einfach völlig vergessen. Tut mir leid. Der Akt des Bestechens unmöglich zu malen. Ja, aber du denkst zu kompliziert. Das Verb Schmieren unmöglich zu malen. Ja, wie Ölfleck zum Beispiel. Jemand, der ausbrutscht. Ey, ich kenn mal einen Ölfleck. Ist einfach ein Kreis, oder was? Soll ich den Ölfleck machen? Ich mal dir einen Ölfleck. Das hier ist ein Ölfleck. Ja, forget it. Pizza, Palette, Steak, Pfütze. Auf gar keinen Fall. Okay. So, jetzt ganz Entspannung. Entspannung und Kreativität. Alles klar. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Eine Box, eine Burg, Telefon, Telefon. Was ist das denn? Was soll das sein? Entspannung, Entspannung. Magnet, Radio, Magnet, Radio, Telefon, Radio, Call-In, TV-Show. Was sind das für Formen? Fuck you, Kranie, was ist das? Zeichne bitte zumindest irgendwas. Fernsehgeräte, gib mir irgendwas, Kollege, bitte. Fernseher, irgendwas. Fernseher, Fernsehknopf, Fernsehkanal, gib mir irgendwas. Was soll das sein? Was ist das? Er sieht nichts. Fährt. Was ist das für eine Form? Ruhe bitte, danke. 15 Sekunden noch. Kein Druck. Jetzt haben wir es. Kamera, Kamerateam, Kamera, NDA, NDA, Bonjour, Rocket Beans, TV, Moin Moin, Kino Plus, Late Night Show, Neomarazzi, Royal, Stefan Raab, Fernsehstudio, Talkshow. Wow, ich habe eine Frage an dich, Fabian Kranie. Was zur Hölle ist das? Was 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 ist ein Schwanz? Und ein Schlagzeug drunter? Was ist das? Was ist die Gitarre? Okay, wir hören auf. GG, alles klar. Sorry, das war euermas Bild, das ergibt keinen Link. Also es ist ja wirklich unter aller Sau bei euch beiden. Warum hat der vier Arme? Warum hat der Late Night Host vier Arme? Gerade, wirklich, es sind die Grundlagen. Es sind die Grundlagen der menschliche Anatomie, die fehlen. Was? Ja, verdammt. Was ist das denn? Die Kamera? Okay. Du kannst es ja gar nicht machen. Okay. Äh, Kanne, Haus, Turm, Wachturm, Grenze, ähm, äh, Vase. Vase ist gleich, schon wieder Geldschein, teure Vase. Nein. Ich weiß, was es ist. Nein, bitte. Bleib hier. Das ist eine Vase. Nein! Das ist keine fucking Vase. Das ist ein Behälter. Du bist der größte Trottel der Welt. Sorry, aber komm schon. Okay. Ah. Fabian Krane, bitteschön. Jetzt kommen wir hier mal bitte zusammen. Geldschläger? Ist das ein Schläger? Fabian Krane, bist du... Ja! Geld, Flasche. Flaschenpost. Nein, nein, nein. Flasche ist im Haus. Nein! Flasche zu Geld. Ja, Flasche zu Geld. Flasche zu Geld. Fabian Krane, bitteschön. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Aber das meinst du jetzt nicht wirklich ernst? Flaschentür, Flaschenzug. Ich würde sogar fast sagen, man kann es nur schlimmer machen im Malen. Eigentlich ist es total klar. Flasche, Geld. Das ist eine Flasche, das ist Geld. Ja, gut. Okay, was ist das in der Mitte? Das ist eine Tür. Nein! Ein Haus! Nein! Ein Laden! Nein! Erfasst! Äh... Oh, 3D macht's besser jetzt. Ne Gebäude! Nein! Komm schon! Ein Automat! Ja! Ein Flaschenautomat! Fabian Krane, was ist das für ein Automat, Mann? Ihr habt noch 10 Sekunden. Bieraut... äh... 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 in den Getränkautomat! Das kann nicht dein Ernst sein. Ey, ich... Was ist los, Fabian? Das kann nicht dein Ernst sein. Okay, die Zeit ist um. Also, come on. Sollen wir es alle gleichzeitig sagen? 3, 2, 1... Pfandautomat! Flasche zu Geld, sagst du! Und dann kommst du nicht auf Pfandautomat! Erstes Wort ist Vertrag. Okay, jetzt kommt das zweite Wort. Äh... Vertragssiegel. Vertragsurkunde... Vertragsbruch! Ja! Bruch! Yes! Gut! Nice! Ja, fuck you! Okay, jetzt wird's ein bisschen abstrakt! Okay, Fisch-Rakete. Ähm... Messer! Ähm... Äh... Messer-Cut. Messer... Äh... Nee. Nee. Nee, das ist Schwachsinn. Du kannst unten drunter malen! Okay. Ich kann zu schlecht malen! Grönland! Ich kann zu schlecht malen! Radiergummi! Ähm... Haus! Äh... Mausefalle! Nach oben fallen? Nein! Denken! 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 Was ist das? Oh, aber das ist so krass! Messerfalle? Das ist echt krass. Aber nur Falle, ne? Computerfalle? Computer... Äh... Cursor... Mausfalle! Mäusefalle! Nein! Nein, nein, nein! Maus... Das ist nah dran! Touchpad! Nein! Mauspad! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Komm schon, bitte! Nee! Da musst du auch einfach bei mir sein! Ja, ich bin bei dir! Was ist das? Was ist das? Das ist ne England-Flagge! Genau! Und jetzt vergiss sie! Und sag mir, was das ist! Äh... Ähm... Maus... Mauspad! Maus... Du warst so weit, Mann! Einfach auf Englisch, Mann! Mause... Mäusefalle auf Englisch? Nein, das hatten wir vorhin schon gesagt! Bitte! Hier! Was du da gesagt hast! Touchpad! Mauspad! Maus... Ma... Ja, das ist ne Maus! Mausefalle! Nein! Nein! Denk nicht an Maus im Sinne von Maus! Ach, Mann, ey! Immer diese drecks englischen Begriffe, Mann! Können wir bitte einfach fucking englische Begriffe lassen! Clickbait, ne? Es ist einfach zu schwer! Wie soll man darauf kommen? Ja, es ist Clickbait, aber wie soll man darauf kommen, dass es englisch ist? Clickbait! Clickbait, ey! Zweite Halbzeit gewinnen! Es geht 13 zu 2! Mhm! Oh, das Tempo liegt! Ja, okay! Fenster, Zelle, Gefängniszelle, Raster, Sudoku, Tabelle, Tabellenkalkulation, Gitter, Netz, Hilf mir! Netz, Grillrost, Rost, Anschluss, Stadt, U-Bahn, Draufsicht, Google Maps, Landkarte, Wasserhahn am Fernseher, Wasserhahn, Wasserhahn am Schlauch, Wasserversorgung, Kanalisation! Was sind das für Striche, Mann! Ähm! K-Kanalisation, Netz! Nein, du warst doch schon ganz nah dran! Okay! Ich bin mir nicht sicher! Wasserhahn, Wasserschlauch, Wassernetz, Wasserversorgung! Ähm! K-Kanalisation, Stadtversorgung, Wasserversorgung, Wasserwerke, Stadt, Wasserwerke! K-Kanalisation, Flaschenwasser, Leitungswasser, Trinkwasser! Nein, vergiss es, vergiss das! Ähm! Ist das der Begriff Wasser? Sind wir bei Wasser gerade, oder was? Wasserrechnung, Wassernetz, Wasserkreislauf, Wasserpumpe, Wassernetz, Wasserhahn, Wasserhahn, Aber ihr kennt es schon, oder? Ihr könnt dich beruhigen, ja! Wasserhahn! Wir sind schon lang! Ein anderer Begriff! Naja! W-W-Wasserbahn, Zapfhahn! Ja! Ja! Zehn Sekunden! Apfel! Apfelbaum, Apfelhunger, Apfel, Adamsapfel! Ja! Yes! Okay, komm! Zwei Punkte, Mann! Eine Sekunde noch, so zwei Punkte! Was? Was ist das hier? Das hier ist ein, das ist ein großer, ein großes Fass! Ja, das hat man schon gez... Ja! Kein Problem! Kein Problem! Vergett! Vergiss es! Ja, es ist keine Chance! Wolke! Ähm, Wolkenbad! Wolke! Dürfen wir mitreißen? Äh, Luft! Luft über den Wolken! Fallschirmsprung! Ähm! Es ist wirklich un-möglich! Es ist wirklich unmöglich! Es ist wirklich unmöglich! Wolke! Wolke! Nein! Wolke! Nein! Okay! Ja! Also, das sind zwei, sind keine Wolken! Doch! Doch, sind Wolken! Ist mir egal jetzt! Und dann? Erstmal brauchen wir diesen Begriff hier! Ja, das sind keine Wolken! Doch! Achso! Aber was ist dieser Begriff hier? Regenwolken! Nein! Was ist denn dieser... Himmel! Aha! Himmelskörper! Himmelsfahrt! Himmelfahrt! Himmelsfahrt! Himmel... Einfach weiter! Himmelrakete! Nein! Himmel... Bitte! Bitte! Universum! Nein! Du warst da, mein Freund! Himmel... Himmel... Ja! Himmel... Das ist eine Rakete! Du warst da! Bitte sag einfach das Wort nochmal! Himmelfahrt! Und jetzt weiter! Himmelfahrtskommando! Gut! Ach man! Himmel... Himmelfahrtskommando! Also eine... Das ist eine Öl... Öl! Ähm... Kein Öl jetzt plötzlich! Safe! Er kriegt zwei Sekunden um drauf! No way! Er hat schon die Tränen in den Augen! Nein! Was ist denn? What the fuck? Also auf jeden Fall ist ja eher unterhaltsam! Ja, absolut! Komm schon! Komm schon! Komm, wir kriegen das hin, Mann! Abstraktes Denken! Okay! Okay! Pferd, Hund, Tier im beidesten Sinne! Kann keine Tiere, Mann! Kamel... Äh... Pferd! Pferd! Känguru! Lama! Äh... Giraffe! Zebra! Komm! Reh! Äh... Hirsch! Reh! Hirsch! Dreihorn! Einhorn! Hirsch! Pferd! Warte! Gib mir bitte irgendwas! Pferd! Pferde! Steppe! Steppenreiter! Steppenwolf! Ja! Alter! Weiter! Weiter! Okay! Panzer, Auto! Autofahrt, Autobahn! Ferngestelltes Auto! Gabelstapler! Yes! Komm schon! Weiter jetzt! Okay! Baum, Baumschule! Baum, Christbaum! Weihnachtsbaum, Baumschule! Baum, Tannenzapfen! Baumhaus! Yes! Kommt! Noch einer! Äh... Fernseher, Brief, Schlauch! 20? Karte! Landkarte! Google Maps! Einbahnstraße! Rechts vor links! Verkehrsordnung! Fahrschule! 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 Äh... Was ist das? Fahrschule, ähm... MPU! Äh... Was ist das? Basketball im Fahrschulen... Fernsehhaus! Kinder... Kinderschule! Kindergarten, Schule! Nein! Stopp! Navigationsgerät! Komm schon! Das war rechts! Ich geh mal an... Drei Punkte! Yes! Es ist wirklich, wir können es gewinnen, die Frage ist, ob es gewinnen. Berge, Penis, Vagina, Po, Dildo, Penis, Hodensack, Hodensackgerät, Hodensackklemm, Dildo, Hodensack, Spermien, Hodensack, Hoden oder Hodensack? Hoden, Hodensack, Komm bitte Fabian, Hodensack, Schwanz, Nein, das hier alles, Ja, das ist ein Maus oder ein Tier oder sowas ähnliches wie eine Maus, Ratten, Sackratte, Sackratte, Mann, fuck man ey, fucking fünf Sekunden mehr, weil ich den scheiß Begriff vergessen habe, okay, Strauch, Besen, Besen, Pfeil, Pfeil, Folge den Pfeil, Pfeil und Bogen, Pfeil, Mensch, Strecke, Okay, wir sind hier, ja, das ist ein Pfeil, nein, das ist ein Prozess, achso, okay, äh, hallo, naja, komm, das ist ja irgendwie eine Fortbewegung, eine Bewegung, da sitzt ein Mensch im Raum, so, und der wird stehend, so, äh, Er, Er, Erregung, Nein, also, vom Sitzen zu stehen, er richtet sich auf, aufrichten, und Penis richtet sich auf, nein, aufrechter Penis, nein, ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll, leider, das beschreibt dasselbe, du warst auch schon da, aufrichten, nein, aufstehen, so, aufstehmännchen, aufstehmännchen, Und jetzt mach ein deutsches Wort draus, steh auf, Männchen, gut Geh, 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 Geh